Es sind auch Morgen wie dieser, die zu meinem Leben dazugehören, die ich nicht gerade wirklich feiere, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Die Nacht war mies, am Morgen bin ich nicht hochgekommen, viel zu spät starte ich in meinen Tag. Und was heißt schon starten? In Schlafklamotten schleppe ich mich rüber aufs Sofa, halte eine Tasse Kaffee in der Hand und beginne das unglückselige Never-Ending-Videorad des Internets auf meinem Smartphone zu drehen. Lockstoff, Humor. Und damit gefangen in der Endorphin-Erwartungsfalle, in der ewigen Spirale des ist, das nächste Video wird dann hoffentlich wirklich witzig. Und das habe ich eigentlich gut im Griff. Die Versuchungen dieses TikTok-Viruses, wo man mit seinem Daumen zum immer noch nächsten Video swiped in der Hoffnung, das nächste Video könnte einen nun wirklich dafür entschädigen, dass man schon lange auf dem Bildschirm glotzt, wofür man aber gar nicht auf TikTok angemeldet sein muss, weil Facebook, Instagram und YouTube den Trend haargenau so aufgegriffen haben. Diese Versuchung habe ich eigentlich gut im Griff. Es sei denn, die Möglichkeit, seinen Tag in einer der unproduktivsten und konsumierendsten Haltungen zu verballern, trifft auf eine Depri-Stimmung bei mir. Dann ist Hopfen und Malz verloren und ich werde zum absoluten Primaten, unfähig zu duschen, mir ein Frühstück zu machen oder sonst wie konstruktiv mit dem Tag umzugehen. Dass solche Momente oder gar Tage in meinem Leben vorkommen, war früher, sagen wir mal vor 10 bis 20 Jahren, deutlich ausgeprägter in meinem Leben. Es kam viel regelmäßiger bei mir vor, vielleicht mehr als einmal im Monat. Und noch früher war es dann nicht nur ein Morgen oder ein Abend oder meinetwegen ein ganzer Tag, sondern tagelang. Es hat also Entwicklung stattgefunden und heute kann ich mir diese Entwicklung sogar vor Augen führen in einem Depri-Moment. Das ist schon mal was. Ich kann mir damit selbst sagen, gestern war es nicht so und morgen wird es wahrscheinlich nicht so sein. Es ist nur heute so. Dass du gerade keinen Sinn in deinem Leben erkennen kannst, dass du keine Freude über irgendwas in deinem Leben empfinden kannst, so geht es dir nur heute. Nur heute ist es so. Gestern war es noch nicht so. Morgen ist es nicht mehr so. Also halte aus. Also halte ich gerade aus. Meine Kopfschmerzen. Und übrigens natürlich regnet es. Ist es wieder kalt geworden? Ist der Himmel grau? Bin ich allein zu Hause? Selbstverständlich kommt immer alles zusammen. Wobei ich es angesichts meiner Familie gut finde, dass sie das gerade nicht mitbekommt. Ich habe ja schließlich auch eine Verantwortung. Wenn sie heute Nachmittag wiederkommt, sollte ich mich wieder einigermaßen gefangen haben. Diesen Scott und Gott genau jetzt zu schreiben, halte ich für richtig. Mir tut es schon mal sehr gut. Und dir? Also meine Hoffnung ist, dass es Leute da draußen gibt, die es brauchen können, wenn ein Christ sich genau dann öffentlich äußert, wenn es ihm gerade ziemlich bescheiden geht. Und mir geht es gerade genau so. Sonntaggottesdienste, Predigten, die enden immer irgendwie auf einem Happy Ending. Da kommt manchmal die Niederlage drin vor, das Scheitern, das Schlecht-Drauf-Sein. Aber es gibt irgendwie immer eine Schlusspoente, dass das eigentlich ja gar nicht sein muss, wenn man nur dieses oder jenes berücksichtigen würde oder täte. Ich halte das für Bullshit. Mal sehen, ob BibleTunes mir dieses Wort durchgehen lässt. Aber man muss das meines Erachtens so kräftig ausdrücken. Bei solch einem Christsein, das da verkauft wird, ist ein Drittel der Menschheit mal mindestens einfach immer raus. Ich glaube einfach nicht, dass die Message die ist, sei gläubig, werde Christ und dann hast du ein tolles Leben. Ich glaube vielmehr, dass die Message die ist, das Leben ist anstrengend, du kannst trotzdem daran festhalten, dass es einen guten Gott und eine gute Zukunft für dich gibt, auch wenn du manchmal im Tagesgeschäft einen genau anderen Eindruck vom Leben erhältst. Das ist ja geradezu der Teil am christlichen Glauben, der so plemplem erscheint. Gott ist gut, Glaube an ihn ist toll, nur leider habe ich heute einen Depri. Eine sehr enge Freundin von mir hat letztes Jahr aufgehört, Christin zu sein. Es habe sie einfach nichts von dem, wozu sie sich aufgefordert fühlt, glauben zu müssen, erreicht. Menschen um sie herum hätten Gottes Erfahrungen gemacht, sie nicht. Menschen um sie herum würden eine gute schöpferische Ordnung in allem sehen können, was existiert, sie nicht. Mann und Frau wären so gut füreinander geschaffen worden, sie würden sich so gut ergänzen, das kann sie gerade überhaupt nicht denken, gerade sexuell. Es tut mir in der Seele weh, sie das, was sie bis dahin glaubend in Anspruch genommen hat, nun abstreifen und über Bord schmeißen zu sehen. Dabei ist es irgendwie sehr nachvollziehbar. Man kann in diesem Leben durchaus morgens aufwachen und erleben, dass nichts von dem, was einem die Bibel an Glaubenszeugs anbietet, relevant ist. Zudem kommen die mentalen Herausforderungen, die unseren Alltag durchaus stark prägen, auch einfach nicht in der Bibel vor. Es ist, als wäre in der Bibel eine völlig andere Lebenserzählung drin, als die, die mich tagtäglich umgeben kann. Aber wenn ich eines gelernt habe, in meinem nun schon auch längeren Erwachsenenleben von 27, 29 Jahren, dann, dass das gut so ist. Denn meine Laune heute Morgen, meine Stimmung, meine mentale Verfassung zum Tagesauftakt heute sagt einfach nichts darüber aus, wie Gott ist und was er für mich bereithält. Es sagt nur aus, dass er mir, alten Kämpfer, zutraut, auch den heutigen Kampf zu bestehen. Und in diesem Kampf werde ich dreckig, habe ich mich bereits versündigt, gehe ich heute Abend mit Sicherheit eher so mit dem Gedanken ins Bett, mein Gott, was bin ich froh, dass dieser Scheißtag rum ist, als dass ich auf Knien dem Herrn Gott für mein großartiges Leben in diesem wunderbaren Tag danken werde. Aber Gott traut mir zu, dass ich schon in der nächsten Minute mehr konstruktive Gedanken entwickeln kann, als ich das bislang in diesem Scott und Gott zu Protokoll gegeben. Ich habe ihn dennoch aufgeschrieben, diesen Scott und Gott, weil ich weiß, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die ihr Leben ganz genau empfinden, wie ich meines, dass das Leben mitunter ein Kampf ist und dass sich ganz gewiss nicht jeder Tag so anfühlt, als sei er ein Geschenk. Aber ich bin auch nicht bereit, mich von einzelnen Tagen dazu anstiften zu lassen, negativ über Gott zu denken, dieser Versuchung gebe ich mich nicht hin. Meinetwegen gucke ich zwei Stunden lang ein beknacktes Video nach dem nächsten, wie gerade eben erst absolviert. Und das fühlt sich am Ende so an, als sei ich einer der dümmsten Menschen, die es überhaupt gibt. Dass ich das mache. Nun aber versuche ich, mich gewinnen zu lassen für den Gedanken, dass dieser ewig gleiche Gott, der, wenn er an mich denkt, eben keine mentalen Schwierigkeiten bekommt, sondern super konstant ist. Dass dieser ewig gleiche Gott auf mich herniederschaut und noch immer den einen einzigen Satz über mich denkt, ich liebe dich. Und dass er mich liebt, egal in welcher mentalen Verfassung ich bin und egal zu welcher kleinen oder großen Lebensleistung ich gerade in der Lage bin, das ist der Grund meines Lebens. Und daran mache ich fest, dass dieser eine Satz aus der biblischen Anderswelt stimmt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Von dort her lasse ich mich gerne korrigieren. Das muss ich selbst zulassen. Dann kann Neues in meinem Leben entstehen. Über den Moment des Grauens hinaus. Auch wenn das aktuelle Grauen gerade meine Realität bestimmt. Aber morgen schon könnte es wieder anders sein.